In 300 Metern links abbiegen. Was macht man denn auf? Hier so ein kleines Haus, das überwacht den Verkehrsknotenpunkt hier. Ah, ist auch gut so. Die Fahrgastbewegung bald. 7,2 Kilometer der Straße. Vorriert wurde. Hier nochmal die Landschaft. Am 28 März 2015. Untertitelung, 2020 Km 08.08.208 Ein Zwischemobil kommt da aus. Ich freue mich auf ein kurzes Mobil, das ist ein Zwischemobil. Ziemlich alte Kaffee, 54 Jahre, aber zumindest die meisten Teile, 54 Jahre. Einige sind neue, zum Beispiel der Bugard. Der soll uns bis nach Bulgarien bringen. Und das Fahrzeug. Brechenberge. Schuss, Schuss, Schuss. Gute, Schuss, Schuss, Schuss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020